hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge hier auf meinem kanal ich spiele wieder crafttopia und auch hier haben wir ja schon ein bisschen was ich möchte ja unbedingt auch die letzte map aufdecken und dann mal schauen was noch so ja anfällt immer wieder 20 wassergläser die mal verkaufen können bringt aber nicht viel geld ein schade eigentlich so hier müssten wir noch peaches drinnen haben genau dann kommt die hier mit rein ja was ich mit dem ganzen essen mache keine ahnung wir haben in der letzten folge sehr viel davon bekommen und die machine mechanical parts lassen sich einfach nicht decken geil das ist mal da haben wir viele ressourcen vor allem erze und alles einzeln dinge ernsthaft na rein da das ist natürlich nicht schön ich hoffe die stecken sich wenn sie gewaschen sind das kommt hier rein die glocke kommt hier rein das kann in müll davon haben wir genug knochen können auch in müll davon haben auch genug das ist platin das ist palladium das haben wir hier drinnen das ist halt wirklich alles unterschiedliches das ist ja nicht zu fassen genau so das hier unglaublich aber die waschmaschinen radern schnell durch das ist nice das raus dass jetzt kann man es ausdecken das ist super das noch ich habe noch diesen gift zahn wo war der nicht hier da war hier drüben glaube drinnen ja die waren zumindest immer dort so holzhammer zahnräder hammer die steine lass ich auch mal drinnen so hier einmal alles nehmen hier einmal alles nehmen fertig ne anscheinend nicht aber jetzt muss doch fertig sein ja warte mal war das jetzt hier palladium genau so wo war jetzt der schmari drinnen ich glaube hier ja ja ich brauche halt mehr um das hier herzustellen weil ich nix mehr davon habe hier waren nur die früchte drinnen die arbeitet ganz in ruhe so soll es sein das hier ärgert mich natürlich ein bisschen mit dem panzer aber ja bone meal of enormous beast okay das sind alles mob loots keine ahnung wie man an die kommen soll das ist echt ja ich weiß es einfach nicht so wir werden jetzt hier mal noch so ein ding hinstellen können wir noch ein bisschen mehl durchbrennen lassen ja das zieht sich jetzt was brauchte ich noch mal für diesen einen komischen tisch äh wo ist er denn da wein ich hab noch nicht mal weinberries oder so gefundene das ist sowas von seltsam ich verstehe das system hier einfach nicht ja ich hab keine grapes bisher gefunden das kann alles hier rein das zeug muss ich hier noch waschen dann tun wir das sauerkraut auch gleich mit waschen weil irgendwie ist das nicht gesteckt ähm 2 8 11 nur eins nochmal bei 12 und ich habe eins nochmal bei 13 ich brauch aber 20 stück das kann sich noch ein bisschen hinziehen das wird sich noch eine runde ziehen ist da hinten jetzt eigentlich das wasser fertig ich konnte das ding nämlich noch nicht abbauen weil wasser durchgerattert ist aber anscheinend ist es fertig dann sammeln wir den auch erstmal wieder ein oh ich sehe gerade ich habe noch ein skill point was macht denn das da bitte was ich habe gerade ernsthaft ein fucking wassereimer gekriegt 3 2 1 ich kriege ein fucking wassereimer mit der verzauberung das ist doch ein schlechter scherz das ist doch ein schlechter scherz ich dachte da kommt irgendeine krasse wasserfontäne raus nö es gibt nur wasser einmal wofür wow ja entschuldigung ich musste gerade aus dem fenster lunzen Denn da unten ist was langgelaufen Was ja Ein bisschen seltsam aussah Special Item VIP Keine Ahnung für was das gut sein soll Der kommt da rein Das werden wir uns mal aufheben Das kommt raus Das hauen wir da unten hin So das sind jetzt insgesamt 10 Stück die durchlaufen Und wir brauchen nur noch 5 Kriegt mal hin Ohne große Probleme Und dann decken wir die letzte Map auf Und dann mal schauen Ja vielleicht ist es eine Special Map Vielleicht auch nicht Ich lass mich da jetzt einfach mal überraschen Eisen Eisen, Eisen, Eisen Das ist so ein ganz komischer Eisen Pfeil Den will ich nicht haben Aktuell habe ich da auch keine drin Warum auch immer So 5 Stück So 5 Stück 3 Stück noch Kommt Das kriegen wir doch hin Das müssen wir doch hinbekommen Und in der Zeit versuche ich einfach nochmal das hier Halt Ich möchte gerne alle haben Danke Also bei grün Muss die Waffe rein Die ich gerne Warte mal Das ist eine Level 13er Das ist Level 8 10 9 13 Wir versuchen das mal mit der Dia Warte mal Für Weppen Okay Nur für Waffen Dann brauche ich das an meinen Waffen gar nicht testen Die sind ja viel zu hoch Oh schade Äh So 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 Vorsicht aber alle einsammeln Und die letzte Map wird aufgedeckt Bitte lass es eine Special Map sein Das wäre richtig richtig geil Ne Tatsächlich Nein Ja Toll Ich dachte da gibt es vielleicht jetzt irgendwas besonderes So Eine Unterwasser Map Oder sowas Leider nicht Schade Schade Ja Hier gibt es auch keine Special Mobs Das ist irgendwie Irgendwie immer alles das gleiche War da eine Kiste zufälligerweise Ja da unten Oh zwei sogar Aber nur Essen und Erze Da ist schon wieder so ein Riesenpillar Da ist schon wieder so ein Riesenpillar Alter Warum 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 sind die auf einmal so groß Oh Hat keiner was gesehen Ja ich weiß nicht was ich noch machen soll denn Ich wollte eigentlich Ich wollte eigentlich dass es bis Folge 50 Geh ähm Geh ähm Geht Craftopia Aber anscheinend wird mit Folge 49 schon Ende sein Weil Ja Ich weiß nicht was ich noch alles zeigen machen und tun soll Deswegen wird Craftopia um eine Folge weniger werden bei mir Und ich werde mit der nächsten Folge die danach also die nach dieser Folge kommt Craftopia beenden Aber ich habe mir für die letzte Folge was überlegt was ich da machen werde und Entweder es klappt oder es klappt nicht So Wir waren ja hier schon nochmal Ich will da hoch Und natürlich lande ich im Wasser Alter Poissen zieht mir hier aber ganz schön was ab Ja den Krankenwagen da draußen Vorbeifährt den werde ich ja auch gleich brauchen Ja Keine Ausdauer mehr Dann mal ganz kurz was snacken um mehr Ausdauer zu kriegen Einmal extra healen Und mal gucken ob ich das bis hoch schaffe Ja Wenn ich was sehen würde und es nicht so dunkel wäre Äh hier komme ich nicht weiter Wow Och man das ist scheiße jetzt Dann Egal ob ich sterbe wir fliegen hier jetzt einfach mal rum Weil es sieht recht interessant hier aus muss ich sagen Aber hier bauen Oh das ist ja eine Qual So oft Damage wie man hier kriegt Ey ich will halt trotzdem da hoch Kommt man da überhaupt hoch Da ist nämlich irgendwie schon Map Ende Aber das hier sieht halt einfach nur geil aus Diese Bäume Oh ja Da leuchtet eine Truhe Und da ist ein kleiner Piller Ähm Da ist ein Bär Da ist so eine Schlange Hä warum Ähm 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 Warum Hä Hä Was ist denn jetzt hier los Aber die kassiert gerade gut Oh ja ich bin vergiftet Ich sag ja ich werde hier nicht lange überleben Aber ich habe sie besiegt Ähm 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 Alter was ist mit dem Golem los Was Leute hier ist ein Dungeon Einfach mal reingehen Hier drinnen kriege ich wenigstens keinen Giftschaden Nee Das hast du dir so gedacht Freundchen Aber hier pümmelt einfach die Giftschlange so rum Auf der Poison Map Geil Ja aber gut Es gibt nicht wirklich den krassen Loot Weil das eine ähm Schwache Map ist vom Level her Deswegen Lass mich in Ruhe Ich sehe hier gar nichts Ich weiß nicht mal wo Das Portal nach Hause ist Ach du Scheiße wo bin ich denn Ähm Kann es bitte Tag werden Ihr seht bestimmt genauso viel wie ich gerade Hier habe ich auf jeden Fall wieder einen Dungeon gesehen Das ist so ein Mien-Schacht-Dungeon Okay Ich weiß ich habe das Motorrad dabei Aber ich werde hier nicht mit dem Motorrad fahren Weil Das bekommt hier auch Damage Und Ich möchte das gerne noch aufheben Okay hier ist so ein Holzheim Ich bin hier zum Trader Ich sehe einfach überhaupt nichts Aber laut Minimap müsste hier gleich Das Portal sein Also wenn man weiter in der Luft ist Sieht man ein bisschen was Dann erkennt man so ein klein bisschen Und ich habe das Portal hoffentlich Holy shit Also die Map Da brauchst du echt so ein Gegendgiftspaß dazu Das kann man so nicht einfach überstehen Und es muss natürlich hell sein Also in der Nacht siehst du gar nichts Und Gamma kann man leider auch nicht hochstellen So Dann werde ich mich jetzt vorbereiten Auf die allerletzte Folge Craftopia Und ja Wenn euch diese Folge bis hierhin gefallen hat Lasst gerne einen Daumen nach oben da Lasst Kommentare da Und ich hoffe wir sehen uns im nächsten Video Bis dann bleibt entspannt Nach dem nächsten Tag Und bye bye